und es muss noch angeschlossen sein da gehen um den weg noch mehr zu blockieren so ist wenigstens die mauer nicht alle drin das ist gut bis anfang und ich mach die hunde jetzt weg weil ich diese irritierenden nachrichten nicht mehr haben möchte so und für den fall dass die hunde irgendwann durchdrehen und meine basis auffressen während ich da bin das ist mir doch ein wenig unheimlich auch in den kommentaren schon gesagt wird auch keine sorge das passiert nicht greifen nur an wenn man sie anschießt aber weiß ja nicht ihr habt alle module ja alles gut okay was kann ich noch abstellen was eisen beziehungsweise stahl verbraucht die meisten sachen sind selbst regulierend also soll die batterien die sind immer nach voll und dann wird halt nichts mehr hier verbraucht an eisen und kupfer sky net verbraucht fast gar nichts das meiste wird echt die forschung sein oder irgendwelche sachen wie hier die chips zum beispiel sind die ist inzwischen voll chips werden also lieder chips werden keine mehr produziert blaue chips hatte ich glaube ich auch schon blockiert nee die sind max das ist gut rote chips sind auch max da geht auch nichts mehr weg grünen chips dürfte eigentlich niemals fertig sein doch sind auch voll und wir brauchen auch hier nix wo geht das alles hin also ja jetzt wird stahl hergestellt weil ich da kurz rum gefriemelt habe aber hier hinten werden grünen chips gegossen das ist richtig das geht alles in die forschung da bleibt auch nix liegen und hier unten wird auch gegossen aber es kommt auch kupfer fehlt okay nächstes problem aber du scheinst so zu funktionieren spuckt auch immer wieder die dinge raus also hier ärmchen sind nicht das problem ach so wir können euch mal umwandeln von mk 1 2 mk 2 also erst rausnehmen zack zack dann rein tun und ihr müsstet auch mal eine bessere fabrik werden wie da haben wir noch welche momentan die beiden setzen waren auch gleich und dann gucke ich mir das kupferproblem an das verstehe ich echt nicht also es kann sein dass ich irgendwo bei den umbauarbeiten was kaputt gemacht habe aber so eine fabrik schon fertig wo versteckst du dich wie viel gelbes zeug da so noch mehr speed module also wir haben gar nicht genug normale ärmchen warum kommen keine normalen ärmchen weil die normalen ärmchen da verbraucht werden die kiste mach die mal weg also ja es ist lustig aber momentan ist es halt ein bisschen doof dass die hier nicht schnell genug produzieren weil nicht genug grünen chips ankommen nicht ernsthaft hier das müssen wir irgendwann echt hinbekommen dass jeder der es braucht durchgehend grünen schiss bekommt das kann ja nicht so schwer sein verdammt du nimm mal ein schnelleres ärmchen du auch ja da kommt nichts an das wird alles weggegriffen schnellere fließbände es wäre wieder schweineteuer das herzustellen in eisen also das ist hier schneller vorbeihuscht damit das ärmchen nicht alles bekommt dann haben wir wieder probleme bei der forschung aber wenigstens kommen denn hier die ärmchen raus die wir brauchen schränk dich mal auf ein stack ärmchen wenigstens läuft sie im stahl anscheinend wieder aber hier gut durch das mann beim eisen kommt fast gar nicht so viel an grünen chips sind hier schon fast zweispurig und staun sich jetzt läuft die auch so durch warum nimmst du dir kein auch dir fehlt eisen okay hier kommt jetzt nicht genug eisen an wir brauchen mehr eisenplatten erstmal hätte ich jetzt gerne die stopp drehen drehen so ich optimiere so ein bisschen hier die kurven damit das schneller läuft und dann müssen wir es irgendwie hinbekommen dass noch schneller eisen hingelegt wird wir brauchen sowohl viel flüssig eisen aber brauchen auch noch die eisenplatten gerade für solche aktionen wieder hinten schminkst du dich nicht automatisch an so keine kurven keine kurven keine kurven beim stahl ist das egal da geht es runter da kommt die erste splittung und hier sind fast nur kurven rum 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 ja gut hier ist eh leer wenn es hier ankommt ist schon gut genug so dann lassen wir es hier einmal schneller vorbeilaufen damit das Ärmchen nicht alle bekommt und mehr im kreis läuft weiter angriff im westen das ist halt so forschung stockt weil was fehlt hellblaue tränke läuft keine roten chips weil kupfer nicht noch ankommt ja das problem hatte ich vorhin schon erkannt das sollte jetzt mal kurz nachgucken also eisen sollte jetzt genug zeit gehabt haben dass alles da ist dass alles sich einpendelt und es ist trotzdem nicht genug kupfer wir haben extra die neue kupferbaris eingerichtet wir haben überall effektivitätsmodule reingehauen oder produktivitätsmodule ehrlich gesagt so das sieht doch auch gut aus hier Tank ist trotzdem nicht wirklich voll Kupferplatten sind ausgereizt das ist auch ok aber das ist Flüssigkupfer halt nicht Schmelze läuft zu weit was sagt ihr hier ihr habt nicht genug Wasser wie jetzt Wasser 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 das ist ein unerwartetes Problem ich mag unerwartete Probleme Wasser Wasser was für ein Zickzackguss Wasser 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 äh nein das kommt nicht von hier das schnappt sich von hier was Wasser geht nach da Wasser geht nach da Wasser geht nach da Wasser geht nach da ähm ich finde den Anfang nicht Wasser sollte genau von hier unten kommen ah da aber es ist nicht genug wo ist das Problem hier es kommt kein dreckiges Wasser an warum machst du kein dreckiges Wasser bitte stell da eine bessere Pumpe hin ja ähm gut jetzt läuft es wieder ja nicht sonderlich schnell aber ok liquid warum genau du bist am arbeiten arbeite schneller du arbeite noch schneller woran liegt das nicht das Wasser genug durchkommt es irritiert mich vollkommen dass der Wasserstand bei diesem Rohr zum Beispiel durchgehend bei 3,8 ist das kann doch eigentlich nicht sein weil hier doch immer weiter rein gedrückt wird wir haben hier keine Pumpen zwischen das gefällt mir auch nicht mach da mal eine Pumpe wir haben keinen Platz für eine Pumpe warte mal kurz so wir setzen dich einfach dahin machen die Pumpe dahin und geben dir ein normales Rohr was oh so du produzierst jetzt durchgehend 17,3 Wasser anscheinend haben wir eine bessere Pumpe bau mal eine MK4 Pumpe dafür hätten wir eigentlich die hier abbauen sollen haben wir sie gleich wieder im Inventar ist doch auch schön und wo hast du dich versteckt ich brauche größere Symbole und eine Gleitsichtbrille ernst aber ist hier das versteckt du da unten blinkst ich habe sogar zwei davon hier noch mehr Wasser ja das sieht auch viel besser aus draußen sind die Rohren nicht ausgelastet aber Wasser ist jetzt genug da okay das heißt wir haben jetzt auch wieder mehr Kupfer das sollte alles viel reibungsloser laufen Gudi Ärmchen bau noch mehr Ärmchen ich will die nicht immer so peu a peu bauen müssen gut was sagen die Tanks die Tanks sind unsere besten Indikatoren wir haben kein Eisen wir haben ein bisschen Kupfer wie könnt ihr mir das antun die hier kann ich nicht aufmotzen ja okay ein bisschen mehr Eisen könnte noch kommen denn wäre das Ding hier also gefühlt ist es nur zu 95% ausgelastet aber die das sollte echt nicht wichtig sein baue mir bitte große Stahlkiste da bau die bitte da hin ach sieht krank aus so was sagt Sludge Sludge ist okay gut also ich werde es einfach so laufen lassen ich bin nicht so wirklich motiviert jetzt noch mehr hiervon zu bauen und so weiter weil wir können das nicht aufrechterhalten mit dem ganzen Verbrauch oder also Kupfer müssten wir erweitern haben wir noch Platz da unten für Mining Drills bau mal bitte noch zwei davon ja wir hätten da noch Platz okay das heißt wir setzen jetzt noch mehr Drills und hoffen dass wir dadurch dass das ist schon fast alles voll hier aber es ist halt nur fast ne okay machen wir die Ecken mal dadurch beheben wir den Stau nicht so wirklich aber es ist halt wie auf einer Autobahn es sind immer nur ganz kleine Stops aber die Stops stauen sich dann so zusammen dass dieser Stau-Effekt halt zustande kommt okay das war jetzt sehr doof beschrieben aber ich denke die Autofahrer werden wissen was gemeint ist es gibt eigentlich kein wirkliches Problem aber dadurch dass jeder kurzfristig anhält und dann der Hintermann auch kurzfristig anhält und es dann eine Puffer quasi gibt dadurch baut sich das Problem auf und dadurch fahren alle langsamer ist immer noch nicht besser erklärt aber gut ich geb's auf ich hau jetzt einfach hier ach da noch einen hin so das war die Seite die bebaut werden musste ne ja gut nö das war es schon oh warte ich warum hab ich hier unter der Tisch gemacht nimm 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 so und dann war da da noch einen hin da wird zwar fast nie arbeiten aber kann es ja versuchen ja hier sieht man das schon die Seite ist wieder ich baue einfach mal einen Splitter hier hin und spiele damit ein bisschen rum da so Waffendingens 5 können wir jetzt Sniper Muni werde ich aber nicht hier erstellen können weil ich weder Elektrum noch Gun Metal Alloy habe äh da kommt jetzt das da das werde ich ebenfalls nicht nutzen weil ich keine Edelsteine habe aber das nächste das nächste sind die Laser Guns da brauche ich Glas für ich weiß noch nicht wie ich Glas herstelle aber davon lasse ich mich nicht abhalten so ich gucke ob ich das hier schon irgendwo hab da ja einfach nur Sand in Lofen schmeißen das sollte machbar sein